Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Wir sind im fünften Teil einer Mini-Reihe zu Basal. Basale Gruppen, grundlegende, elementare Gruppen, die sich auch in Krisenzeiten gut treffen können. Ein Haushalt mit einem Haushalt, 1 zu 1 oder 2 zu 2. Mit dem Ziel, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen und vielleicht auch einen Freund, eine Freundin oder ein befreundetes Paar kennenzulernen und mitzunehmen in die Nachkrisenzeit. Schaden kann das nicht. Und da habe ich vorgestellt, Basal, ein Akronym aus fünf Buchstaben. Beten, Austauschen, Segnen, Anbeten und Lernen. Heute geht es um das Anbeten. Anbetung ist etwas Feines. Und ich muss ehrlich sagen, Anbetung, so mit anderen zusammen im Worship zu stehen, im Lobpreis zu sein, Gott anzubeten, die Hände zu heben, von Herzen zu singen, so mit dem ganzen Körper. Das fehlt mir im Moment echt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde es cool, auf YouTube Sachen zu sehen oder irgendwie dann über irgendeine Streaming-Software mir Musik reinzuziehen und den super genialen Worship aus Kalifornien oder aus Australien oder aus Buxtehude, wo auch immer er herkommt. Und sagen, wow, ist das cool. Das ist einfach gut. Das tut meiner Seele gut, auf jeden Fall. Lobpreis ist bei mir im Leben immer dabei. Im Auto, beim Putzen, beim Aufräumen, beim Handwerken. Ich habe eigentlich immer noch irgendwo eine Box mitlaufen, weil das mich einfach motiviert und inspiriert und mir einfach meiner Seele gut tut. Es ist nicht immer nur Lobpreis, gebe ich auch zu. Manchmal habe ich noch ein paar alte Klassiker oder sowas, die ich nochmal vorhole. Manchmal sind es einfach klassische Stücke, die ich gerne höre, gerade auch so an Sonn- und Feiertagen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Jetzt im Moment bin ich gerade in meinen Playlists dabei, so ein bisschen so modernere Weihnachtssongs zu hören. Von was ich Chris Tomlin oder sonst woher. Und da einfach mich schon ein bisschen darauf einzustimmen, nicht erst an Weihnachten, sondern jetzt sozusagen schon das bewusst wahrzunehmen. Es gibt keinen Weihnachtsmarkt, wo ich hingehen kann, aber ich kann jetzt ein bisschen Weihnachtsmusik hören und so ein bisschen auch diese Vorfreude wachsen lassen auf dieses Fest, das wir zu Recht feiern. Anbetung ist, glaube ich, etwas, was uns als Menschen richtig gut tut. Weil wenn du etwas anbetest, guckst du weg von dir selbst. Also ich sage mal, im Negativen gibt es das natürlich auch. Wenn Menschen andere Menschen anbeten, dann wird es hart. Ob das jetzt irgendein Idol ist und dann hat man überall das Zimmer voll mit Starschnittpostern oder irgendwas. Oder ob das vielleicht der Partner oder die Partnerin ist, dann ist es natürlich ein bisschen ungesund. Wenn einer den anderen anhimmelt und anbetet geradezu, wird da häufig, das ist keine Beginnung mehr auf Augenhöhe. Die ist dann schwierig. Aber wenn es um Gott geht, ist es eigentlich nicht verkehrt. Weil wir gucken von uns weg. Wir gucken zu ihm hin. Und das ist echt gut. Jetzt hat mal einer gesagt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ich glaube, da ist was dran. Und gerade in so einer Krisenzeit ist es doch eigentlich gut, weder zu wanken und nach oben gezogen zu werden. Und das kann man manchmal auch ganz gut, wenn man zu zweit unterwegs ist, miteinander anzubeten. Auch dazu habe ich für euch einen Bibelferst aus der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch in der Bibel, Kapitel 4, Vers 10. Da geht es um die 24 Ältesten, die fielen nieder vor dem, der auf dem Thron saß, das ist Gott, und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron. Ja, das ist so eine Anbetungsszene, so eine Thronsaalszene, könnte man supergut auch in Hollywood umsetzen, ist klar. Hier geht es darum, dass Älteste, also richtige Säulen, ja, für das Reich Gottes, geistliche Führer und Leiter, ja, in dem Fall wohl nur Männer, aber wir gehen mal davon aus, dass im Himmel Männer und Frauen gemeinsam anbeten, ja, und dass sie da gemeinsam unterwegs sind. Die sind zusammengekommen, um Gott anzubeten. Und das Interessante ist hier, man übersieht das vielleicht leicht, sie legen etwas nieder, ja. Ja, sie legen ihre Kronen nieder, sie haben Kronen, die sie bekommen haben, wohl auch zu Recht, sonst wären sie keine Ältesten, eine Krone als Zeichen der Würde, des Status, ja, so wie die Queen mit ihrer Krone oder so. Wir haben ja keinen König mehr, wir kennen das nicht mehr so, aber damals kannte man das schon, man wusste, wer König ist und nicht, und das war eben klar, ein Kennzeichen eines Königs oder einer Königin war ganz klar, eine Krone, ja. Diese Ältesten legen ihre Kronen nieder, das heißt, sie legen beiseite, was sie ausmacht, was sie vielleicht auch groß gemacht hat, was sie in den Augen anderer auch groß aufsehen lässt und legen das nieder, um niederzufallen und Gott anzubeten. Ich glaube, dass wir das brauchen. Und ich glaube, dass man in so einer grundlegenden Gruppe eins zu eins das auch machen kann, vielleicht kann man dann nicht singen oder man singt dann, keine Ahnung, im Freien und der eine ist vier Meter in die Richtung und der andere steht da, sowas geht dann vielleicht. Es geht aber auch bei Anbetungen nicht nur ums Singen, weil man muss da auch nicht nur singen, man kann auch gemeinsam ein Bibelwort lesen und das Meditieren gemeinsam. Auch das ist für mich ein Akt der Anbetung, wo einfach Gott im Zentrum steht, ich meine Krone beiseite lege und auf Gott sehe, auf ihn blicke, von ihm auch etwas empfange und gleichzeitig ihm auch etwas bringe, mein Lob, ja. Ich kann nach einer Zeit, wo wir uns über einen Bibeltext ausgetauscht haben, kann ich dann auch sagen, okay, lass uns das jetzt auch einfach mal Gott bringen und ihm auch danken, ihn loben für das, was in diesem Text steht. Denn kein Buch der Welt, kein Buch der Welt hat den Impact, den dieses Buch hat. Das kann man nachweisen, es ist der Bestseller schlechthin. Kein Buch wurde mehr verkauft, kein Buch wurde mehr gedruckt, kein Buch ist mehr verboten worden als dieses. Ja, in manchen Ländern fang da mal an mit einer Bibel durch die Gegend zu gehen, da kriegst du Probleme mit. So, inzwischen geht das Buch natürlich auch in anderer Form, sehr, sehr praktisch, finde ich. Wobei ich irgendwie diese Haptik so eines Buches auch noch irgendwie ganz gut finde. Und dann daraus zu lesen, zu erwarten, dass, und wie das genau geschieht, finde ich, das müssen wir jetzt auch nicht wissen, aber es ist einfach Erfahrung durch Jahrhunderte, Jahrtausende, dass Gott durch diese Buchstaben, die einfach hier nur schwarz auf weiß auf Papier sind, dass Gott dadurch spricht, dass er dir etwas offenbart, von sich selbst, von dir, von anderen. Und dass du merkst, wow, das gibt mir Kraft, das baut mich auf. Und dann kann ich doch nicht anders, als zu sagen, Herr, ich danke dir dafür, ich bete dich an, danke für dein Wort, danke, dass ich in einer Krise dein Wort habe. Ja, letztens hat Michael Bendorf ja auch darüber schön mit seiner Stirnlampe gepredigt hier im Podcast und gesagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Ja, klar, genau darum geht es. Wir brauchen das. Und wenn wir das lesen, auch gemeinsam uns austauschen, miteinander auch unterwegs sind und dann einfach auch das Gott geben und sagen, Herr, wir danken dir für das, was wir hier erkannt haben. Das ist für mich ein elementarer Bestandteil dieser basalen Gruppe, dieser basalen Gemeinschaft, dass man das auch zusammentut. Von daher wünsche ich euch viel Erfolg im Nachdenken, Nachsinn und vielleicht auch in der Umsetzung dann. Wer könnte mein Sparringspartner, mein Freund, meine Freundin oder das befreundete Paar sein, mit dem ich unterwegs bin jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, um geistlich gestärkt zu werden und aus dieser Krise auch hervorzugehen. Basal eben, grundlegend, elementar. Bis bald.